Check the Diesel Zehn Dinge die man in und am Jugendclub nicht tun sollte Man wirft im Jugendclub nicht mit Bomben Der Jugendclub ist keine BMX-Kursstrecke Trinken trinkt man nicht im Kühlschrank Eine Bionade bitte Stört nicht bei Hausaufgaben Okay Lalalalalala Lalalalalala Sie gucken nicht wegen neuem Geld aus Wow! Ich hab 20 Cent von 2.013! Ja! 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 J Denis Ja! Ja! Jakob симplayt St out Diss Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018